Yo Leute, was geht? Hier ist euer Kranji und heute spielen wir ein Ründchen Lucky Block Wars. Das erkläre ich nochmal eben für die liebe Sturmwaffel, die ist nämlich heute dabei! Hi! Wow! Und ja, du kannst alle Blöcke abbauen und diese Lucky Blocks daraus können tolle Sachen kommen. Und mit den tollen Sachen kannst du die bösen Gegner töten. Und ich bin kein böser Gegner. Ja, aber es gibt richtig OP Sachen. Was hast du gerade so Feines bekommen? Ein Knockback-Stick? Das war ein Sheep-Shooter wahrscheinlich, oder? Also das sind halt alles Special-Items. Nee, das ist ein Knockback-Stick. Nee, ein Sheep-Shooter. Ja, genau. Ah! Was passiert? Oder? Ich habe so ein bisschen Sheep geshootet. Ja, da passiert der komischste Scheiß. Also wie viele Sheeps kann man shooten? Ähm, weiß ich nicht. Oh, okay. Alle weg. Bei mir fliegen gerade Schweine rum. Also da passiert ziemlich trippy Shit. Einiges. Okay, das ist interesting. So, schauen wir mal. Wieso öffnet sich die Kriste nicht? Wie fern ich schon in Varo-Zyklen bin? Wie viel kann ich craften? So, zack, zack, zack. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe es ja schon gesagt. Das ganze Spiel ist ziemlich im Balanced. Im Balanced. Im Balanced. Und es ist eigentlich nur lustig. Und wenn ich sterbe, nicht weg, ne? Genau. Du darfst keinen einzigsten Mal runterfallen. Und das ist halt relativ heavy. Echt? Nein. Bei Luca war das so. Echt? Aber Luca ist ja auch Luca. Ja, das ist halt so... Beleidige Luca einfach. Okay. Ich beleidige Luca immer. Was ist los? Hochgepuschter Hul. Ah! Du hast mich jetzt beleidigt. Jetzt liebst du Luca. Hä? Hier ist einfach nichts drin gewesen. Probier in die Mitte zu kommen. Wo ist nichts drin gewesen? Pass auf, manche Kisten explodieren auch und sowas, ne? Wie soll die Scheiße jetzt? Warum sagst du mir das jetzt? Ja, tut mir leid. Ey, Alter, ohne Mist, ne? Du bist so arrogant geworden. Ich bin nicht arrogant. Ich bin wesentlich... Okay. Oh. Weiß nicht, was mit mir los ist heute. Oh. Ich möchte mich im Vorhinein entschuldigen bei allen Zuschauern. Danke. Aber abonniert schon, weil wir trotzdem... Auf dem Kanal. Auf seinem Kanal, richtig. Das ist ganz wichtig. Abonniert ihn auf seinem Kanal, meine Freunde. Wäre toll. Und dann sehen wir uns einfach irgendwann wieder. Tschüss. Nie wieder. Tschüss. Warum nie wieder? Magst du meine Zuschauer nicht? Die sind so nett. Warum klingt das so? Auf dem Lab. Die sind im Lab, allerdings, ja. Äh, ich hab nen Schiebshooter. Du musst probieren, dich in die Mitte zu bauen. Boah, das ist so kacke, der Schiebshooter, ne? Hast du jemandem probiert abzuschießen? Ja. Nein! Ich bin so dumm. Ich hasste das, wenn du die Hand wegnimmst von der Maus und dann fällst du runter. Alter. Ich bin runtergefallen schon. Echt? Ja. Warum? Weil ich dumm bin. Aber wir sehen uns gleich wieder. Aber ich leb noch. Hi. Hi, da sind wir wieder. Oh, Zombie. Und... Oh, Hodor. Oh, Junge. Und Tod. Du? Nein. Oh Gott. Ich hab den Lucky Ball. Hodor. Das Hodor. Oh Gott. Hodor sei cool. Siehst du? Das ist nämlich kein Spaß, mein Freund, der Hodor. Äh. Ja. Und ich sitze. Schon wieder Hodor. Ich hab... Oh, schon wieder Hodor. Oh mein Gott. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Oh Gott. Alter. Ich hatte bis jetzt Creeper, Hodor und Hodor. Nice. Wie nennt man's, wenn man's, äh... Was? Hodorkrebs. Irgendwas. Und ich sitze schon wieder. Das ist halt nicht mal... Das ist halt nicht mal neu, ähm, weil Herbert Grönemeyer singt auch so schon seit... ...bevor es war cool. Aber kennst du den denn? Kennst du das Lied? Herbert Grönemeyer? Kenn ich ja. Das Lied. Nein. Die... Die Dudes hier. Ah, oh. Oh Gott. Das war einfach Erde. Und dann steht da, äh, okay. Und dann explodiert die Kiste. Ja, ja. Da steht drauf irgendwie, äh, back it up, the chest will explode, oder sowas, ne? Okay. Ja, die waren nicht so nett. Äh, ne, kennst du die wirklich nicht? Liebe Zuschauer von Krankrafter, kennt ihr Ann-Marie-An-Kat-Kan... Ich weiß nicht, wie, wie fucking man diese Band ausspricht, das ist... Kat-Kat-Katkan. Kat-Kat-Kat-Kat-Katrin. Kat-Kat-Kat-Katrin. Kann man die auch irgendwo runtergehen in die Map? Ähm, nicht, dass ich wüsste, aber du kannst es probieren. Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat-Kat- Ich hab' immer nie von dir. Wo seht's du schon? Der Typ, Alter, der muss so Kette rauchen und irgendwie Whisky trinken jeden Tag. Hauptsache, es ist minimal laggy. Überall ausgebildet übrigens. Wo ich letztens zu einem Konzert ging von denen. Schließlich? No chance, José, dass du da noch mal Karten kriegst. Feierst du die? Ich find das ganz cool, ja. Ich war letztens erst auf so einem ganz ruhigen Konzert das erste Mal. Und das war richtig entspannt. Sitzen die schon wieder? Wow! 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 Verdammt! Was ist denn mit mir? Ich möchte Kragenkrafter von vor dieser Runde zitieren. Ja, ist jetzt so, dass du am Anfang höchstwahrscheinlich direkt sterben wirst und das nicht so hinkriegst. Ja, Mr. Krafter. Hier ist der Typ von mir. Hatte der wenigstens das Ding? Was? Hatte der wenigstens das Ding? Ja, das fragen mich auch viele. Dann sag ich immer, ja, er hatte es. Okay Leute, wir probieren jetzt die letzte Runde. Vielleicht wird das heute nur 30 Sekunden lang, das Video. Aber, ihr wisst ja, Lucky Buckwars ist immer ein bisschen unberechenbar. Dafür ganz cool. Ach Quatsch, also ich ruhl die ab hier, Alter. Ja stimmt, du bist echt voll gut die ganze Zeit. Ja. Du bist jetzt schon wie jeder, oder? Ja. Danke. Okay, bis gleich. Die schreiben alle Screen falsch, oder? Ja, der schreibt auch... Scrine. Scrine. Okay. Bitte, jetzt Freunde, sterbe ich nicht. Oh, jetzt. Oh, Hühner. Und Diamanten. Ja, genau. Die lassen Diamanten fallen. Oh, Alter. Einfach 6. 8. 8. Ich würde einfach nur hoffen, du würdest schon wie jeder sitzen. Das ist komplett imbalanced und kotig, das Spiel. Aber... Ich hab einfach... Ach, dir ist... Das ist nicht viel, Bruder. Deine Mutter ist nicht viel. Die ist nicht viel, weil die... Wow! Ey. Oh Gott. Aber ich hab's noch abwenden können. Ganz viele bunte Erdblöcke, wo LOL draufsteht. Ja. Die sind mega behindert. Die sind alle unterschiedlich bunt, damit man sie nicht stacken kann. Das ist so ein behindertes Spiel, oder? Oh Gott, Schweine. Fliegende Schweine. Fliegende Schweine. Fliegende Schweine. Ja, ja. Fliegende Edgars. Hallo Edgars. Hallo Edgars. Dass Leute immer fragen, ob man die Echten sind. Also... Bist du die Echten? Ja. Ja. Ich mein, hat irgendjemand schon mal auf einem Premium-Server Leute gefakt? Äh... Ich? Ach so. Ja, kann ja zum Beispiel auch sein, dass Sturmwaffel mit L geschrieben ist oder sowas. HD gibt's auch einen, der das hat. Dann sieht das halt genauso aus, zum Beispiel. Du heißt doch Sturmwaffel HD. Ja, aber der... Ne? Also anstatt ein L hat der dann ein großes I. Ach so. Ja. So Dinger. Und dann, wenn man... Weil wir sind ja kein Premium auf dem Server. Und dann wundern sich die Dudes. Und Duduinas halt. Äh... Was ist das? Also Kostia, wenn du siehst. Dann klären wir uns mal. Dann klären wir uns mal. Dann klären wir uns mal, warum das jetzt nicht so in Schwierigkeiten haben. Klären wir uns mal Premium. Du Hundesohn. Okay. Hallo. Ich hab ne Enderperle. Das ist immer sehr nützlich. Das ist natürlich ganz nett. Oh, der ist jetzt gestorben, ey. Der hat so geweiht. Der hat richtig geweiht. Oh, Diamantenhühner. Jemandenhühner sind echt ganz nice. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir da aus den craften soll. Aus den Hühnern? Kopf oder so. Nur Kopf würd ich mir craften, ja. Dann kannst du auch endlich mal nachdenken. Ich bin so schlagfertig. Okay. Du bist so ein bisschen richtig schlagfertig. Ich schlag... Was? Ja, Leute. Es ist Chaos. Heute mal wieder wertvoll. Ja. Also wir haben natürlich... Ich seh das jetzt so. Ich bin nicht einfach nur ein YouTuber. Ich hab auch irgendwo ne Vorbildfunktion. Bildungsausschlag. Ja. Einmal das und auch ne Vorbildfunktion. Ja. Vorbildfunktion hast du auf jeden Fall schon erfüllt. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie man schnell stürbt. Guckt gerade nicht Videos. Wie man schnell stürbt. Stürbt. Ja. Ich probier. Um bislang meinen eigenen Akzent mit einfließen zu lasse. Tschüss. Du bist so los. Sturmwaffels kalt. Was ist denn los mit ihm? Sturmwaffels eigener Akzent? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Titel? Das Video muss ich mir anschauen. This Video I have to watch. I have to... Really really drink. Das heißt, I have to watch this Video eigentlich. Grrrr. Grrrr. Ist ja nicht schlimm, wenn du dumm bist. Es ist so dumm. Man kann einfach nicht verzaubern, weil es keinen Lapis gibt. Einfach in die Mitte gehen. So heulich dumm Kopf. Ja. Wo bist du denn? In der Mitte? Ah. Doch, meine ich natürlich. Tschüss. Ach du bist... Bist du denn in der Mitte? Okay, dann töte ich den jetzt nicht, wenn der mich jetzt umbringt. Ist du schuld. Wir sind doch eh keine Sachen mehr jetzt, oder? In der Mitte? Ne, die habe ich mir alle gegettet. Echt? Ja. Wie teuer war das? 3,20 Euro. Aber es geht. Ach ne, warte. Ich habe hier sogar noch 7 Lucky Blocks übrig. Die können wir zusammen öffnen, wenn du kommst. Ne. Ich möchte jetzt nicht. Dankeschön, Sturmwaffel. Du bist einfach ein riesiges Arschloch. Danke. Aber lieb gemeint. Gerne. Alter, wie viele Diamanten habe ich eigentlich jetzt? Oh, ernsthaft? Ich habe eine komplette Dia-Rüstung und noch 13 Stück übrig. Ja, genau. Okay, ich werde jetzt auch runtergeschossen und bin dann höchstwahrscheinlich tot. Nice! Wow! Oh, ich habe zwei gekillt direkt hintereinander. Bei dem Boy läuft wie bei keinem anderen. Aber davor die Runden. Aber davor, die Runden waren ja das deutsche Gegenteil. Ja. Übrigens danke an die Leute, die mir in die Kommentare geschrieben haben, was man so tolles machen kann mit einem Lucky Sword. Dass man da diese Blitze casten kann und sowas. Ist sehr nützlich auf jeden Fall. Ja. Bist du der in der Mitte? Ja, ich sehe. Doch, doch, doch. Na! Warte mal, ich kann dir tolle Sachen geben. Alles cool, alles cool. Gib weg bitte von mir. Bleib stehen, ich gebe dir tolle Sachen. Ich kämpfe. Wir teamen hier nicht. Man darf teamen. Ich kämpfe. Vielleicht darf man auch nicht teamen. Ich kämpfe. Soll ich dich töten? Probier es, Alter. Lappen. Doch, warte, gib mir kurz Zeit. Warte kurz. Ich habe doch Sachen für dich. Okay, ich lasse Sachen in der Mitte fallen. Die will ich nicht. Punkt. Surprise, motherfucker! Wow! Wenn ich dir Sachen schenke, greifst du mich an? So einer bist du? Ja. Finde ich unter aller Sau. Unter aller Sau. Hast du gehört? Unter aller Sau. Bin im Lab. Wo? Oh Gott. Keine explodierende Scheiße. Ich frage mich, wo die ganzen anderen Dudes sind. Warum braucht man Lapis zum Verzaubern? Ich hasse es so sehr. Ja, das ist so behindert. Vor allem sind die noch nicht auf die Idee gekommen. Oh Gott. Hoda. 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 Hoda ist irgendwie so ein komischer... Hey! Alter! Spinnst du? Ja, wieso ich jetzt nicht gegen dich kämpfe, Alter? Hey, stopp! Wollen wir uns töten oder nicht? Ja, ich team nicht mit dir. Sag ich dir die ganze Zeit schon. Ja, dann töde ich dich jetzt, ne? Was passiert, wenn ich dich kille? Passtest du dann aus? Ja, dann schrei ich richtig rum. Und ich schreibe auf den Titel. Hashtag ping. Hast du gehört? Du schreibst es in den Titel. Ja, in den Titel möchte ich gerne. Komm mal her. Ehrlich? Und... Pfeil und Bogen und Fliege. Stopp! Wie stopp! Guck mal! Jetzt stopp, ne? Willst du mich verarschen? Guck mal, da warst du ein bisschen... Wow! Die shooten auf mich! Verdammt, der hat den Lucky Bow! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Lauf bei dir! Hallo! Oh Gott! Was soll ich jetzt machen? Die Aufnahme ist auch schon voll lang. Am Klavier zu ziehen. Okay. Okay, okay. Am Klavier getten? Ähm, ne. Darauf habe ich definitiv keine Lust. Ich probiere mich jetzt einfach zum Hinzubauen. Wenn ich es nicht schaffe, ist es auch nicht so wild. Weil dann ist das Video vorbei. Ne, dann ist das Video vorbei. Dann hab ich kein Bock mehr auf die ganze Scheiße hier. Glaubt ihr, es macht mir Spaß hier? Glaubt ihr, die ganze Scheiße hier macht mir Spaß? Ne. Ich dampf nochmal. Ne. Ich muss auch nur meine Familie ernähren. Du bist ne Familie. Ehrlich? Von wem? Von Kindern. Von irgendwelchen Kindern? Du bist von irgendwelchen Kindern die Familie. Oh Gott. Okay, 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 okay. Und? Kommst zum Showdown! Krieg ich ihn? Krieg ich ihn? Ich hab ihn perfekt. Oh Gott. Jetzt wird es zwischen uns zum Showdown kommen. Ja, du hast recht. Showdown. Was denn? Lapp. Okay. Ey, ich bin voll, fully konzentrated, weil ich mich gerade voll konzentriert hab. Echt? Du hast mich jetzt komplett alleine in der Mitte gelassen die ganze Zeit, ne? Ist dir schon klar? Ja. Und das heißt, du konntest nichts machen. Maschine. Okay, wir legen direkt los, ne? Ja, ja. Wir sind die ganze gleiche Equiple und so. Und dann, ja. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Was das für ein OP Scheißdreck ist. Oh Gott. Lol. Dead bug. Dead bug. Oh mein Gott. Was? Dieser Bug? Ich konnte mich nicht bewegen. Unverdient gewonnen. Wenn ihr bei diesem Arschloch das unverdient gewonnen hat im Vorbeistand wollt, dann stand in der Beschreibung vorbei. Was von diesem Mal. Tschüss. Hahahaha. Okay. Jetzt, ich hab da schon dringelassen. Die Leute wissen wie fake du bist.